Hallo, der Pole mal wieder hier mit einem neuen Item Vorstellungsvideo. Warnung, dieses Video ist ein Spoiler. Wer die hier vorgestellten Items und Features selber entdecken möchte, der sollte jetzt lieber wegschauen. So, die Aufnahme hat gerade eben ein bisschen gefehlt, deswegen muss ich jetzt ein bisschen dricksen. Also nicht wundern, dass das Eventfeld jetzt ein bisschen scheiß rüberkommen könnte oder so. Und, ähm, ja, heute stelle ich mal den Butan-Kanister vor, also Butan-Flasche, sieht halt genauso aus. Ähnlich ist sogar das gleiche Model wie bei einer ganz normalen Freighthose. Ähm, mit dem Butan-Ding kann man, ähm, kann man eine improvisierte Bombe bauen, eine Bombe mit Zeitzünder auch. Ähm, demnächst werden auch noch so Küchenuhren kommen, die man so aufziehen kann, ja, die nach der Zeit halt ablaufen, ne. Kennt ja jeder. Ähm, ja, daraus kann man auch eine Zeitzünder-Bombe bauen. Und es gibt dann auch noch solche Lampen, die mit dem Butan gehen, wo es dann, denke ich mal, so offene Flammen gibt und so. Oder sowas, ja. Und als nächstes, ähm, gibt es neue Batterien, was ich jetzt hier noch vorstelle. Ähm, ja, da sind, äh, ich weiß nicht, eigentlich sind das auch 9-Volt-Batterien, wie live, ne. Ähm, auf jeden Fall, die werden, denke ich mal, für spezielle Geräte wieder, die ich aber noch nicht gefunden habe, ähm, dafür werden die dann wahrscheinlich gut sein, dass man nur an das Gerät die Batterien reinstellen kann und an das Gerät die Batterien, ne. Ja, okay, gut, ähm, das war's dann eigentlich mit dem IT-Generals-Videos. Wir müssen es jetzt ein bisschen kurz machen, weil das Video, ähm, schon ein bisschen kürzer ist und, äh, die Audioaufnahme halt gefehlt hat. Also, bis zum nächsten Video.